Mein Name ist Roland Wenninger und ich bin Kurator der Ausstellung Thomas Hirschhorn – Never Give Up The Spot. Nach zweijähriger Vorarbeit hat der Schweizer Bildhauer Thomas Hirschhorn das Museum Villa Stuck in eine Ruine verwandelt. Der Titel der Arbeit – Never Give Up The Spot – bedeutet, gib niemals deine Position, deine innere Haltung oder deinen Standort auf. Thomas Hirschhorn verbindet in diesem Werk zum ersten Mal Destruktion und Kreation. So haben die Besucherinnen und Besucher der Skulptur die Möglichkeit, selbst etwas zu produzieren, zu performen, zu musizieren oder einfach in der Skulptur präsent zu sein. Never Give Up The Spot steht für das Museum der Zukunft. Es ist ein Ort, an dem es nichts zu kaufen gibt und der für alle frei ist. Der Eintritt ist frei. Statt eines Bewachungsteams gibt es ein Team, welches die Besucherinnen und Besucher willkommen heißt. Never Give Up The Spot ist eine gelebte Utopie, die den öffentlichen Raum mit der Institution Museum und die Kunst mit dem Leben verbindet.